Guten Morgen. Samstagmorgen, 6 Uhr. Seit 5 Uhr bin ich auf. Ja, ich bin 71. Ich bin Krankenschwester und Altenpflegerin. Und wie man sieht, habe ich mich gerade fertig gemacht für den Frühdienst. Ich arbeite in einem Altenheim. Und warum arbeite ich noch mit 71? Weil meine Rente nicht ausreicht, um damit vernünftig leben zu können. Ich bekomme nach 50 Jahren Krankenschwestern-Dasein 850 Euro im Monat. Bis auf wenige Zeiten habe ich komplett durchgearbeitet. Ja, so ist das heute in Deutschland. Nichtsdestotrotz mache ich meine Arbeit gerne, aber körperlich komme ich natürlich schon an meine Grenzen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und man sieht sich. Bis dann. Ciao.